Ja, auf Michel Frankens Kanal ist vor ein paar Minuten ein Video hochgeladen worden mit Was nutzen denn die verschiedenen Linux-Youtuber für Betriebssysteme? Und ja, ich würde einfach mal sagen, kommen wir mal zu meiner Ausführung Warum nutze ich selber Linux Mint und was hat es damit auf sich? Fangen wir an. Kurz bevor das Video losgeht, kommen wir zum heutigen Sponsor des Videos. Das ist heute wieder Hosting.de. Hosting.de ist ein mittelständisches Unternehmen aus Aachen, wo ihr günstig unter anderem Webspace oder Cloud-Server mieten könnt. Seit einiger Zeit bietet Hosting.de auch Managed Next Cloud Server an, also euer eigenes Google Drive, nur Open Source, welches ausschließlich in Deutschland mit den deutschen Datenschutzstandards gehostet wird. Ihr könnt dies komplett kostenlos ausprobieren. Die Jungs von Hosting.de schenken euch dauerhaft 1 GB Cloud-Speicher mit einer vollwertigen Next Cloud 20 dahinter, unter anderem mit Kalender, Kontakten, Zwei-Faktor-Authentifizierung und mehr. Ich verwende diese Managed Next Cloud selber privat mit meiner Familie und wir sind mehr als zufrieden. Ihr könnt direkt gleich loslegen. Klickt dazu einfach auf den Link in der Videobeschreibung und probiert es kostenfrei ohne Bezahlabo oder ähnlichem aus. Ich habe auch schon mal ein Video dazu gemacht, das findet ihr jetzt rechts oben in der Infokarte. Zurück zum Video. Ja, ich möchte das Video in zwei unterschiedliche Teile aufteilen. Wir haben einmal den ersten Teil, wo ich tatsächlich andere Linux-Distributionen kurz aufzeigen mag und kurz erklären mag, warum ich diese nicht nutze bzw. warum ich mich gegen diese entschieden habe, dass ihr das so ein bisschen besser nachvollziehen könnt. Und im zweiten Teil geht es dann auch wirklich nur noch um Linux Mint. Also wenn euch die anderen Distros gar nicht mehr interessieren, springt einfach auf den zweiten Teil des Videos. Und ich würde sagen, lasst uns einfach mal beginnen mit allen Linux-Distros, die ich jetzt nicht nennen werde in diesem zweiten Teil. Das sind meistens relativ kleinere Distros bzw. ja, es gibt schon welche, die sind schon ein bisschen größer, beispielsweise Gentoo wäre dabei, Linux from Scratch, Slackware, Solos, solche Sachen. Und ich sage jetzt einfach mal zu diesen Linux-Betriebssystemen, dass sie mir persönlich zu unbekannt sind und höchstwahrscheinlich viele Programme nicht so unbedingt so laufen, wie man sich das vorstellen würde oder vielleicht unter nur erschwerten Bedingungen, wenn sie überhaupt laufen, ist die Frage. Ja, da muss man schon meistens dann relativ viel Effort reinstecken, was für mich einfach persönlich nicht unbedingt effizient ist. Außerdem zeigt die Erfahrung selber bei diesen etwas unbekannteren Linux-Betriebssystemen, dass man dann doch meistens viel noch selber rumbasteln muss, bis das einem wirklich so gefällt. Kann man zwar machen, meiner Ansicht nach, aber man muss es auch nicht, weil ich am Ende dann doch eher mein Betriebssystem nutzen möchte, als es einzurichten und die ganze Zeit wieder einzurichten. Ja, das wäre es jetzt erstmal ganz grob zu den Distros, die ich jetzt alle nicht erwähnen werde, die jetzt auch nicht auf Derivaten basieren. Und ich würde sagen, kommen wir mal zur ersten Betriebssysteme, beziehungsweise Distro-Gruppe, die vielleicht manche von euch dann kennen. Das wäre die Red Hat-Familie. Ja, Red Hat Enterprise Linux ist, wie es schon der Name vermuten lässt, eine Enterprise-Distro, ist eigentlich auch nur für Server geeignet und von daher, ja, auch nicht unbedingt das Favorite. Und natürlich, tatsächlich, Red Hat kostet selber auch noch Geld. Ich glaube, man kann es zwar kostenlos ausprobieren bis zu drei Versionen. Ich weiß es gar nicht genau. Kann man sich dann anmelden und dann kann man sich das auch mal anschauen. Aber ja, es ist nicht unbedingt die Distro, mit der man starten sollte, mit, ja, die man als ein Desktop-Nutzer, als stinknormaler Wald- und Wiesen-Desktop-Nutzer nutzen sollte. Daran anschließend tun sich auch direkt AlmaLinux, RockyLinux und halt eben dieses CentOS, beziehungsweise jetzt neuerdings diese CentOS-Stream. Zwar bringen Rocky und AlmaLinux zehn Jahre Updates, was wirklich unglaublich ist, ist aber auch nicht unbedingt für Desktop-Systeme optimiert, ist eher in die Server-Richtung geeignet. Natürlich kann man auch Workstations damit dann einrichten, aber dann auch eher im Enterprise-Bereich, wo man dann im Nachhinein wenig an den Programmen verändert. Und ja, so richtig einstellungsfreudig ist das Ganze halt eben nicht. Vielleicht ist es nicht richtig optimiert, ja. Es gibt keinen richtigen Komfort, den man richtig auf Linux-Desktops haben könnte. Ja, dann kommen wir zu einem anderen Teil, der aber spannender sein könnte. Und zwar ist das Fedora. Das haben wir hier. Willkommen in der Freiheit. Ja, das Problem ist, die Freiheit ist relativ kurz und zwar nur neun Monate kurz. Das spielt jetzt nicht auf ein anderes Lebensthema ab, sondern auf das Update-Thema von Fedora. Ja, es gibt halt eben nur neun Monate Updates für eine Fedora-Version, glaube ich. Es könnten auch sechs oder sieben oder zehn oder zwölf. Bitte nagel mich da nicht fest, aber es ist eine relativ kurze Zeit. Dann muss man das Fedora aktualisieren. Und das Problem ist, dadurch, dass immer die neuesten Features da reinkommen, hat man auch eine hohe Fluktuation an verschiedenen Sachen. Vielleicht auch an Sachen, die nicht so gut funktionieren oder sich einfach nicht durchsetzen. Dann kommen sie wieder weg, kommen sie wieder raus aus dem System und so weiter. Man hat einfach eine hohe Fluktuation von Funktionen. Teilweise sind die Funktionen auch nicht so richtig ausgekoren. Das ist natürlich für manche Nutzer extrem spannend. Für mich allerdings, der das wirklich nur nutzen möchte, ist es die falsche Distro leider. Ansonsten ist Fedora ein tolles Betriebssystem. Ich muss sagen, ich finde es immer wieder schön, dort reinzuschauen, was denn uns so in der Delian-Welt, sage ich mal, in fünf Jahren erwartet, mal ganz schnippisch gesagt. Ja, dann kommen wir zu einer weiteren Distro, die gehört zwar nicht richtig in die Red Hat-Familie, aber es nutzt das RPM-Format, was eben von Red Hat ist. Und das ist OpenSUSE. Ja, OpenSUSE sagt vielleicht einigen was. Es kommt ja aus Deutschland und so weiter. Ich habe auch schon mal ein Testvideo zur OpenSUSE gemacht. Da habe ich, glaube ich, das auch nochmal eindeutig hingelegt, warum ich selber persönlich nicht so viel von dem System halte. Meiner Ansicht nach ist es einfach viel zu viel, was da mitkommt teilweise. Es ist komplett überladen. In meinen Tests hatte ich auch immer direkt irgendwelche Bugs. Sie liefern einfach so viele Funktionen mit diesen jenes. Ich würde mal sagen, das klassische KDE-Syndrom viel zu viel und dafür leider viel zu undurchdacht oder unausgegoren. Ja, das Ganze richtet sich dann eher mehr an Enterprise-Nutzer, die sich da wirklich dann reinfuchsen. Dann könnte das schon so eine Sache sein. Aber für den einfachen Wald- und Wiesennutzer ist Leap einfach zu viel. Und ja, in meinen Tests hatte ich leider immer irgendwelche Fehler, die einfach ärgerlich und blöd waren. Könnte ich jetzt mal wieder draufschauen. Aber ja, die Erfahrung auch aus dem letzten Jahrzehnt hat da nicht unbedingt so Gutes gehießen. Ja, hier nochmal schnell der Jean aus dem Off. Ich finde, ja, meine Kritik zur OpenSUSE ist vielleicht ein bisschen hart ausgefallen. Ich selber würde vielleicht auch nochmal dazu sagen wollen, dass beispielsweise Just oder diese Administrationstools, die OpenSUSE, ich sage mal, als Alleinstellungsmerkmal hat, sind schon eine coole Sache und sollte man auf jeden Fall auch erwähnen. Für mich war es jetzt aber nicht der entscheidende Punkt, warum ich OpenSUSE nutze. Weil für mich einfach, ja, ich brauche die ganzen Tools nicht, sagen wir es so. Ich bin mit dem Linux, wie es daherkommt, in der Regel schon zufrieden. Jedenfalls sollte man schon hauptsächlich zufrieden sein und nicht dann nochmal 20 Sachen über Just konfigurieren. Muss man nicht unbedingt, aber für mich ist Just einfach nicht nötig. Ansonsten für Administratoren ist OpenSUSE natürlich nach wie vor klasse. Das kann man auf jeden Fall sagen. Für den normalen Nutzer meiner Ansicht nach aber eher nicht unbedingt die beste Wahl. Insgesamt haben wir bei RPM-Destros manchmal das Problem, die den RPM-Package-Manager verwenden, dass bestimmte einzelne Desktop-Anwendungen nicht laufen. Es funktionieren gefühlt alle. Also Chrome funktioniert beispielsweise auch. So ziemlich jedes Linux bietet auch RPM-Paketformate an. Allerdings gibt es da ein oder zwei kleinere Programme, wo sich die Entwickler vielleicht nicht unbedingt drauf fokussiert haben, das im RPM-Format einzubauen. Da muss man es vielleicht sogar selber kompilieren oder irgendwie selber wenigstens versuchen, irgendwie da zum Laufen zu bringen. Und das ist mir einfach auch teilweise dann für solche Programme schon ziemlich viel Arbeit, wo ich weiß, ey, das geht auf anderen Distros besser. Dafür kann nicht unbedingt immer die Distro was, aber ja, so ist es. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Arch Linux. Generell möchte ich jetzt mit Arch Linux die ganze Arch Linux-Familie meinen. Manjaro beachte ich gleich nochmal gesondert, weil ich finde, es hat auch eine besondere Stellung in der Arch Linux-Welt. Aber alle anderen, sei es WEG-Arch oder keine Ahnung, wie das neueste, hippe Arch jetzt heißt, meiner Ansicht nach sind da viele ähnlich. Bei Arch Linux selber ist mir die Einrichtung einfach viel zu aufwendig, wenn ich da ein System installieren will. Da bin ich ja erstmal eineinhalb Stunden, zwei Stunden beschäftigt. Das ist mir einfach zu viel Arbeit für den Outcome, den ich da habe. Natürlich kann man sich dann das selber zusammenbauen, wie man das möchte. Aber ich möchte einfach am Ende ein System, was ich nutzen möchte und nicht erstmal zwei Stunden einrichten möchte. Das lösen zwar andere Distros, wie beispielsweise Endeavor OS. Es gibt noch viele andere Arch Linux-Distros. Aber das Problem ist, man muss in der Regel eigenständig, selbstständig Updates machen. Und wichtig ist, wenn man seinen Rechner eine längere Zeit nicht aktualisiert hat, dann wissen es die meisten Rolling-Release-Nutzer, gibt es einfach Probleme in den Update-Pfaden. Dann können sich verschiedene Pakete verabschieden und dann kann das auch mal vorkommen, dass das System nicht bootet. Das kommt vor allem aber auch mal so vor. Man muss bei Arch Linux wirklich gewappnet sein dafür, wer da richtig Lust hat, sich mit seinem Linux da auszutoben und da nicht viel anderes zu tun hat mit seinem Rechner. Kein Problem, er darf das gerne machen. Für mich ist es aber einfach Arbeit, die meiner Ansicht nach nicht unbedingt sein muss. Und ja, wir haben einfach viel zu viel Fehlerpotenzial bei den Bleeding-Edge-Updates. Das finde ich persönlich schwierig. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Manjaro. Manjaro gibt sich zwar richtig, richtig viel Mühe, die neue Pakete ausgiebig zu testen, die nur weiterzugeben, wenn sie wirklich gut getestet sind. Natürlich gibt es immer mal wieder auch so Bugs, die mal da durchrutschen. Generell bleibt aber auch da das Standing, wenn man jetzt seinen Manjaro, keine Ahnung, jahrelang nicht mehr aktualisiert, jahrelang nicht mehr, aber vielleicht monatelang nicht mehr aktualisiert hat, könnte das da vielleicht auch nochmal zu Problemen kommen. Aber wobei, das ist da seltener. Würde ich nicht ganz so hoch sehen, wie bei den anderen Erschließungsdistros, weil halt eben Manjaro da wirklich viel Aufwand reinsteckt. Dafür stecken sie meiner Ansicht nach weniger Aufwand in die Benutzerfreundlichkeit des Systems. Natürlich bemühen sie sich an verschiedenen Stellen. Es gibt so einen Willkommensdialog. Es gibt eine Dokumentation, die wirklich auch gar nicht mal so schlecht ist. Aber es gibt immer wieder Kleinigkeiten, die einen einfach langfristig nerven, wo man sich denkt, hey Leute, hättet ihr euch da nicht mal ein bisschen mehr Gedanken machen können? Ich habe da mal ein ganzes Video zu gemacht, beispielsweise erstmal Manjaro vs. Linux Mint, aber ich glaube auch Manjaro selber. Ich haue euch da einfach mal ein paar Links zu allen Distros, die ich auch schon mal angeschaut habe, wo ich dann auch meistens meine Meinung dazu gesagt habe, in die Videobeschreibung. Da könnt ihr das einfach mal anschauen. Meiner Ansicht nach ist das eine super Distro von der Theorie her, aber in der Praxis fehlt meiner Ansicht nach noch manchmal so ein bisschen der Feinschliff. Und meiner Ansicht nach ist da schon viel ungenutztes Potenzial, weil die haben eine gute Basis. Sie sind schneller als die Debian Welt. Sie können viel machen. Dafür fehlt noch teilweise so ein bisschen die Nutzerfreundlichkeit. Ja, das Polishing-Field einfach. Meiner Ansicht nach ist es an manchen Stellen noch nicht exakt durchdacht. Ja, jetzt habe ich ja gar nicht die Manjaro-Seite aufgemacht. So, jetzt habt ihr auch die Manjaro-Seite gesehen. Ich würde sagen, gehen wir rüber zur letzten großen Linux-Familie. Und die werdet ihr sicher kennen. Das ist die Debian-Familie. Ich möchte jetzt erstmal gar nicht zu Debian kommen. Da möchte ich dann gegen das Ende hinkommen. Ich möchte jetzt erstmal zu Ubuntu kommen. Ich denke, jeder von euch kennt Ubuntu. Sie war sogar auch für zwei Jahre meine Haupt-Distro. Ich hatte darunter eigentlich auch eine ganz okaye Zeit, würde ich mal sagen. Hat mir auch schon ganz gut gefallen. Nur ist die Sache, die ich hier einfach jetzt langfristig beobachten musste, dass sich Canonical einfach immer wieder mit der eigenen Nutzerschaft verspielt. Und mit unerdachten, manchmal nicht ganz erprobten Features, auch teilweise in den LTS-Versionen, sich das Vertrauen der Nutzer verspielt. Und das ist ein riesen, riesen Problem. Beispielsweise, ja, kann ich mich noch daran erinnern, was ich auch teilweise länger auf meinem Laptop, glaube ich, damals auch genutzt habe, ist Ubuntu 18.04 LTS. Jedenfalls gab es da den Taschenrechner als Snap-Paket. Es hat dem Nutzer null Vorteile gebracht, außer, dass es langsamer war im Starten. Das ist doch einfach undurchdacht und blöd. Also ganz ehrlich, ne? Das ist nur mal ein Beispiel von vielen, wo man sich manchmal die Hände über den Kopf zusammenschlägt und fragt, warum macht ihr das? Warum? Ja, und man wird einfach als Nutzer unter Ubuntu meiner Ansicht nach halbherzig bedienen. Man hat sich nie richtig contained gefühlt. Es scheint auch so, als ob Canonical Ubuntu halbherzig bedienen. Sie schauen, dass wir das Minimum schaffen, aber auch bloß nicht mehr. Insgesamt, ja, ich denke, wer schon einige Zeit unter Linux unterwegs ist, der wird verstehen, was ich meine. Ubuntu verspielte sich einfach immer wieder mit der Nutzerschaft und habe ich auch irgendwann gesehen, hey, das ist nicht mein System. Es wird gemacht, was irgendwelchen Köpfen da einfällt. Das könnte man doch mal ausprobieren und wird dann direkt in die LTS-Version gepackt. Das verspielt einfach das Vertrauen der Nutzer langfristig gesehen. Das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Dann kommen wir zu einem anderen Delian-Derivat. Das ist einmal Pop.OS. Da kommt tatsächlich auch demnächst noch mal ein Video auf euch zu. Ihr seid auf jeden Fall gespannt. Aber generell, muss ich sagen, gefällt mir bei Pop.OS persönlich. Das ist eine persönliche Note, gebe ich zu. Einfach der Desktop und die Aufmachung von dem Ding nicht. Ist mir zu bunt, zu verspielt teilweise und bietet mir nicht unbedingt die Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit von diesem System so richtig. Es gibt zwar coole neue Ansätze, die meiner Ansicht nach langfristig, wenn System76 da dran bleibt, echt ein alternatives Linux Mint werden können, wenn ich das mal so formulieren darf. Da müssen sie sich aber jetzt beispielsweise erst mal im eigenen Desktop einig werden. Da wollen sie jetzt, glaube ich, einen neuen Desktop bauen und mal schauen, wie es in einem Jahr aussieht. Also da, keine Ahnung, zerschießen die sich meiner Ansicht nach gerade eher selber, als dass sie sich da irgendwie helfen gegenseitig. Insgesamt sieht man so richtig im Plan haben die Pop.OS-Entwickler gerade gar nicht. Und manchen Stellen wirkt es für mich einfach nicht erwachsen, wenn ich das mal so formulieren darf und einfach nicht genug erprobt, auch in den jetzigen Versionen. Klar, es gibt gute Ansätze, die sind aber nicht unbedingt immer zu Ende gedacht, was ich schade finde. Außerdem, in einem letzten bekannteren Test hat sich Pop.OS auch selber zerschossen, was dann auch öffentlich auf YouTube geteilt wurde. Klar, der Nutzer selber hat auch einen kleinen Fehler gemacht, aber Pop.OS hat einfach eine Sache gemacht, die einfach nicht sein sollte. Da wird aber nochmal ein Video dazu kommen. Generell habe ich Pop.OS auch schon mal angeschaut, könnt ihr euch dann auch nochmal in der Videobeschreibung das Video zu ansehen. Ja, es gibt noch viele, viele andere Ubuntu-Derivate. Es gibt Elementary OS, es gibt Deepin, dies und jenes. Hier nochmal ganz kurz der Chance im Off. Also wichtig, Pop.OS ist ein Ubuntu-Derivat und Deepin ist ein Deviant-Derivat. Ich glaube, das habe ich so ein bisschen jetzt durchgewurschtelt, nur, dass ich das hier nochmal klarstelle. Die sind zwar alle nicht schlecht, haben aber irgendwo alle ihren Haken. Elementary OS beispielsweise mit dem Minimieren-Button. Klar kann man das einrichten, dies jenes. Aber ja, die ändern ihr Konzept teilweise so häufig, wie sie Versionen rausbringen. Gut, das ist dann zugegeben gar nicht so häufig. Aber ihr wisst, was ich meine. Ist teilweise nicht ganz so durchdacht. Deepin ist zwar wirklich nett und bringt auch einen wirklich komplett neuen, frischen Wind in die Welt. Allerdings hat man da dann auch manchmal Probleme, Anwendungen zum Laufen zu bringen, beziehungsweise merkt man schon teilweise zu sehr den chinesischen Touch. Die Community ist da gar nicht so richtig im westlichen Bereich, ich sage mal, richtig aktiv. Da gibt es einfach wenig. Und das könnte ich jetzt noch mit tausenden anderen Ubuntu-Derivaten fortführen. Ich würde sagen, kommen wir doch einfach mal zu Debian. Vorweg, ich muss sagen, Debian ist eine tolle Basis. Ist tatsächlich hier auf dem Hauptrechner, den ich habe, mein zweites System. Habe es auch tatsächlich mal in einem Crashkurs-Video vorgestellt. Zwar war das noch die Debian 10-Version, ist aber für Debian 11 genauso machbar. Habe ich euch auch nochmal jetzt rechts oben verlinkt oder auch unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch anschauen, wie ich das eingerichtet habe. So habe ich das auch auf meinem Rechner hier eingerichtet. Und ich muss sagen, ja, ich bin relativ zufrieden damit und gefällt mir eigentlich gar nicht so schlecht. Klar, man muss es mit einem etwas erhöhteren Aufwand einrichten. Und ja, kommen wir zur Frage, ja, warum nutzt du es nicht dann ganz einfach? Und ich muss sagen, warum ich langfristig es nicht nutze, jetzt hört es sich ein bisschen dekadent an, aber es ist halt eben, was ich da eingerichtet habe, nur in Anführungszeichen ein Gnome-Desktop, ja, der mich leider nicht unbedingt in der Produktivität pusht. Es gibt einfach verschiedene Sachen am Gnome-Desktop, die mich persönlich nerven. Ich finde, Gnome hat eine richtig coole Entwicklung hinter sich und ich sehe das alles gar nicht so negativ wie vielleicht andere. Aber manchmal haben sie der Produktivität einen Strich durch die Rechnung gemacht, was ich einfach nicht nachvollziehen kann. Und das ist ein bisschen schade. Und zu allen, die jetzt sagen, ja, aber du kannst doch auch Cinnamon auf Delian zum Laufen bringen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Distro gesehen, die den Cinnamon-Desktop halbwegs, ich sage mal, so eingebunden hat wie Linux Mint. Ich finde, Cinnamon funktioniert in Symbiose mit Linux Mint einfach auch am besten. Muss man sagen, natürlich, es wurde auch für Linux Mint entwickelt und Linux Mint wird hauptsächlich auch für Cinnamon entwickelt. Also das ist eine Symbiose, die man auf keiner anderen Distro so gut hinbekommt wie auf Linux Mint selber. Von daher würde ich mal mit Cinnamon-Desktops auf anderen Distros ein bisschen vorsichtig sein. Die funktionieren noch nicht ganz so ausgereift wie unter Linux Mint selber. Ja, außerdem hatte ich mit Debian immer mal wieder kleine Problemchen mit Treibern. Das ist aber gar kein so großes Problem, wie es am Anfang zu sein scheint. Also es gab schon manchmal Ungereimtheiten. Allerdings habe ich andere Distros gehabt, die wesentlich schlechter mit Treiber umgegangen sind als Debian. Also Debian ist da gar nicht so schlecht, wie man am Anfang vielleicht vermuten würde. Ja, insgesamt liefert mir Debian so selber, wie es daherkommt, nicht viel Komfort, den mir Linux Mint gibt. Deswegen bin ich noch auf Linux Mint und nicht auf Debian. Und ich würde sagen, dazu kommen wir zum zweiten Teil des Videos. Warum nutze ich selber Linux Mint? Ich habe einige Punkte mir aufgeschrieben. Der erste wäre, dass Linux Mint auf Ubuntu basiert. Ja, was ist das ein Vorteil, denken sich manche. Boah, Mann, ich hasse Ubuntu. Die sehen es, ich bin ja auch selber kein Ubuntu-Freund. Also von dem Desktop-Betriebssystem selber. Aber man muss sagen, die Softwarekompatibilität ist einfach die höchste in der Linux-Welt, wenn man einen Ubuntu-Unterbau hat. Da kann kein Debian mithalten, da kann kein Fedora mithalten, erst recht kein Arch Linux. Jede Software, die unter Linux verfügbar ist, ist auch unter Ubuntu verfügbar. Mag zwar vielleicht ein, zwei Ausnahmen geben, aber ja, dann ist das auch nicht unbedingt wichtig. Jedenfalls für die Linux-Nutzer allgemein. Und das muss man sagen, ist einfach ein riesen, riesen Vorteil, den man hat und den alle Distros nicht haben. Es hört sich blöd an, ich bin auch nicht unbedingt ein kompletter Ubuntu-Freund. Aber mei, so ist es, würde der Bayer sagen. Außerdem muss man bei Linux Mint, was ich ja bei anderen Distros jetzt hier etwas zu kritisiert habe, wirklich wenig einrichten. Wir haben einen dezenten Startmanager, das kann ich euch mal zeigen hier. Das ist der Willkommensbildschirm, der meiner Ansicht nach sogar schon fast ein bisschen zu zaghaft ist, der meiner Ansicht nach den Nutzer doch ein bisschen mehr in die Hand führen könnte. Aber gut, man hat es halt so gelöst. Ja, kann man mit leben, würde ich mal sagen, wo man wirklich hier alles Schritt nach Schritt, ich sag mal, starten kann. Man startet nur hier irgendwelche Anwendungen und dann muss man das selber einrichten. Aber es gibt so einen Überblick, hey, was muss ich auf meinem System alles einrichten, bevor ich das so richtig anfangen kann zu nutzen. Systemschnappschüsse ist eine Sache von einer Minute. Treiberverwaltung ist eine Sache von einer Minute. Aktualisierungsverwaltung ist eine Sache von, ja, zwei Minuten, würde ich mal sagen. Ja, je nachdem, wenn du jetzt viele Updates hast, dann können es auch gerne mal zehn Minuten sein, zugegeben. Ansonsten Systemeinstellungen, ja, je nachdem, was du einstellen musst. Ich muss da selber persönlich wenig einstellen. Dann haben wir nochmal die Anwendungsverwaltung und die Firewall und dann war es das. Und dann ist das System ready to go. Ja, dann noch zwei, drei Anwendungen installieren, die dann wichtig sind. Und dann, ja, musst du da nichts mehr machen. Das geht zwar in anderen Distros vielleicht auch so einfach, aber was dann Linux Mint eben hinten rein durch den Cinnamon Desktop schon alles mitbringt. Ich beleuchte jetzt hier ausschließlich die Linux Mint Cinnamon Version. Wenn ihr Linux Mint Cinnamon vs. XFCE sehen möchtet, was tatsächlich auch gar nicht so langweilig ist, wie es vielleicht am Anfang scheint, schaut euch auf jeden Fall meinen Tux-Tagevortrag dazu an. Vielleicht lade ich das auch nochmal auf YouTube hoch. Ich schicke euch den Link mal in die Videobeschreibung. Ist auch sehr, sehr spannend. Aber bleiben wir mal bei Cinnamon. Der Cinnamon Desktop steigert an so, so unglaublich vielen Stellen einfach meine Produktivität. Und das wäre beispielsweise die Favoritenfunktion, die ich schon x-mal in dem Video gezeigt habe. Wir erstellen uns hier irgendein Dokument, beispielsweise hier in Videos. Und wir können das mit einem Rechtsklick zur Favoriten hinzufügen. Dann haben wir das hier beispielsweise direkt unter Favoriten. Hier unten haben wir es direkt unter Favoriten. Im Menü haben wir es direkt unter Favoriten. Das ist einfach so eine Sache, wo wir sehen, wie unglaublich gut das alles miteinander zusammenspielt. Was ich beispielsweise auch persönlich für meine Produktivität wirklich schön finde und echt häufig nutze, ist eine aktive Ecke, die wir hier auch einstellen können. Hier unten Schreibtisch. Alle Fensteranzeigen möchte ich hier einstellen. Und dann, wenn ich hier runtergehe, dann sieht man hier alle offenen Fenster. Ihr seht das hier gerade ohne Animationen. Das ist noch ganz nett animiert, muss man sagen. Aber jetzt auch nicht allzu fancy. Und kann dann halt eben zwischen den verschiedenen Fenstern auswählen oder auch irgendwelche Fenster schließen. Mit der mittleren Maustaste. Ja, der Dateimanager unter Linux Mint ist meiner Ansicht nach auch ganz, ganz großes Kino. Ist meiner Ansicht nach einer der besten Dateimanager, die es überhaupt unter Linux gibt. Wir haben eine tolle Zwei-Listen-Ansicht hier, die ich immer bei anderen Dateimanagern kritisiere, dass man sie nicht hat. Ich finde das so praktisch. Kann man mit F3 aktivieren. Man kann hier natürlich einen Pfad ändern, die ist alles möglich. Man kann suchen. Man kann nach Dateien suchen. Man kann aber auch noch Inhalten in Dateien suchen. Was auch unglaublich stark ist. Was auch nicht jeder Dateimanager hat. Man hat Einstellungen ohne Ende. Das ist unglaublich, was man hier alles einstellen kann. Also schaut euch das auch gerne mal an. Das ist wirklich, was das Ding kann. Ist meiner Ansicht nach wirklich der beste Dateimanager, den wir hier in Linux haben. Dolphin, muss ich sagen, kenne ich mich nicht so aus. Könnte sein, dass der noch mal ein paar mehr Funktionen hat. Aber gut, das ist eben die Qt- oder die Qt-Welt, wie man es auch mal aussprechen möchte. Da bin ich persönlich gar nicht so vertreten, muss ich sagen. Beispielsweise das Sound-Applet ist auch genau richtig. Wir können hier erstmal unsere Lautstärke einstellen, wenn wir ein Mikrofon haben. Auch die Mikrofon-Lautstärke quasi. Wir können in die Klang-Einstellungen gehen. Wir können hier den Medienspieler starten. Hier haben wir auch direkt unsere Medienverwaltung. Dann, wenn ich irgendetwas beispielsweise von Spotify abspielen habe. Beispielsweise Rechtsklick darauf können wir verschiedene Ausgänge stummstellen. Aber auch direkt Anwendungen hier einstellen. Ich weiß gar nicht, was jetzt diese Speech-Dispatche sind hier. Gute Frage. Es kommt vielleicht von der virtuellen Maschine hier, wo ich das gerade euch zeige. Und Eingabe- und Ausgabe-Geräte können wir hier auch direkt einstellen. Das ist unglaublich stark. Einfach so ein kleines Applet, was man in anderen Distros erstmal in die Klang-Einstellungen gehen muss. Und dann hier verschiedene Fenster aufmachen muss. Und dann kann man das natürlich auch alles einstellen. Aber das geht hier in Cinnamon halt einfach super, super einfach. Das ist tatsächlich auf GNOME nicht möglich. Ist sehr, sehr schade. Allerdings hier haben wir auch ein Kalender-Dings. Da sind andere Desktops wieder besser. Beispielsweise sieht man hier direkt die Kalendereinträge. Aber ich habe gehört, dass da etwas zur 21, nee 20.3 haben wir zur Next-Mersion kommen soll. Schaut da auf jeden Fall demnächst auf meinem Kanal vorbei. Da zeige ich euch das natürlich auch nochmal. Ansonsten sind meiner Ansicht nach auch die Einstellungen wirklich vielfältig. Was man hier alles einstellen kann, ist wirklich groß. Möchte ich jetzt alles gar nicht im Detail zeigen. Jedenfalls kann man hier quasi alles einstellen, was man möchte. Manche Sachen gehen nicht. Ich würde sagen, XFCE ist an manchen Stellen sogar noch ein bisschen besser. KDE, ja, ich glaube, topt eh jeden anderen Desktop in der Einstellungsvielfalt. Aber dann kommt schon meiner Ansicht nach fast ziemlich sicher hier Cinnamon daher. Ist wirklich groß konfigurabel. Meiner Ansicht nach kann ich schon in verschiedenen Sachen vergleichen, dass es das KDE der GTK-Welt ist, wenn man so möchte. Es ist wirklich groß, es ist mächtig und hat sich über die Jahre wirklich hervorragend entwickelt. Von einem ursprünglichen Gnome 3 mit Erweiterungen zu einem eigenen wirklich tollen, durchdachten Desktop, der von Version zu Version immer wieder neue Features mit sich bringt und damit auch nicht aufhört. Ja, ich könnte jetzt noch weitere Loblieder auf den Cinnamon Desktop singen. Manche Sachen gefallen mir natürlich auch nicht so gut bei dem Cinnamon Desktop. Beispielsweise, ja, es sieht nicht ganz so modern aus. Also wer das hippe, neue, modernste Desktop-Design nutzen möchte, der ist hier sicher falsch aufgehoben. Aber ich möchte eben nicht das hippeste, neueste Design nutzen, sondern eben das, was funktioniert, womit man sich wohlfühlt, was einem vielleicht irgendwie auch vertraut ist, klar. Aber auch eben meine Produktivität steigert. Und so ist Linux Mint Cinnamon in der Hinsicht einfach überall mit den verschiedenen kleinen Features, die ich jetzt nur am Rande angekratzt habe, einfach dran. Ja, außerdem hat Linux Mint im Desktop-Bereich schon, na, ein Leinstellungsmerkmal würde ich noch nicht sagen, aber es haben gar nicht so viele Linux Distros eine automatische Verwaltung und Wartung des Systems, die man einstellen kann. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Dann muss man wirklich nie wieder was machen. Das kann man bei anderen Distros natürlich auch alles einrichten, durch Skripte, dies, jenes. Bei Linux Mint muss man das nicht. Wir gehen hier schnell auf die Einstellungen, auf die Automatisierung, sagen Aktualisierungen automatisch anwenden. Dazu müssen wir hier einmal unser Passwort eingeben. Wir können hier direkt die Cinnamon Gewürze automatisch aktualisieren. Das sind Cinnamon Erweiterungen. Dann einmal Flatpacks automatisch aktualisieren und warten und auch alte Flatpacks entfernen. Das ist auch ganz cool, was ich so noch nicht in der Linux Welt kenne. Allerdings auch die automatische Wartung, dass veraltete Kernel und Abhängigkeiten entfernt werden sollen, wird jetzt auch gemacht. Und ja, dann muss man sich hier nie wieder um Updates oder das System selber kümmern. Ich habe das auf allen meinen Systemen aktiviert, weil ich es dann persönlich trotzdem auf verschiedenen Rechnern und Instanzen einfach vergesse teilweise. Und dann muss ich mich darum nicht kümmern. Ja, eine Timeshift-Schnappschuss-Funktion gibt es natürlich auch. Ich muss sagen, ja, hat Linux Mint doch relativ am Anfang eingeführt. Jedenfalls seitdem es Timeshift gibt. Und ja, ich muss sagen, da würde ich mir dann noch ein paar Einstellungen mehr wünschen. Oder ich sage mal, ja, das Ganze ist noch ein bisschen klobig, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Entwickler selber ist da aber out of order, beziehungsweise macht da nichts mehr. Ein bisschen schade. Ich hoffe, das greift mal jemand an und bringt da beispielsweise solche Funktionen rein, dass Flatpacks nicht automatisch mitgesichert werden, weil das einfach so viel Speicherplatz ist, was dann nochmal zusätzlich verwendet wird. Was ein bisschen blöd ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten haben wir bei Linux Mint die X-Apps. Ja, wenn ich hier mal X eingehe, gut, wie immer gar nicht so viele Pics haben wir einmal. Dann haben wir einmal Xet als Textbearbeitung. Hypnotics ist auch ein X-irgendwas-Viewer. Der Dokumentenbetrachter oder viele, viele andere Programme, Bildbetrachter sind die sogenannten X-Apps. Oder Wopinator, weiß ich gar nicht, ob der Wopinator eine X-App ist. Ich glaube auch. Die zeichnen sich alle dadurch aus, dass sie standardisiert wurden von sich aus, dass sie ein gleiches Benutzer-Overlay haben, dass sie ein gleiches Einstellungsfenster haben. Da haben sogar die Linux-Milentwickler eigene Bibliotheken geschrieben, die man auch selber nutzen kann, die wirklich vieles vereinfachen unter GTK. Und das sieht man auch bei den ganzen Apps, die funktionieren super miteinander. Die Favoriten funktionieren auch in allen X-Apps beispielsweise. Also da gibt es wirklich Funktionen, die das wirklich toll machen. Meiner Ansicht nach ist Linux Mint Cinnamon wirklich von vorne bis hinten durchdacht. Jedes Zahnrädchen greift ineinander. Das ist das, was ich bei fast allen anderen Distros komplett vermisse. Was meiner Ansicht nach auch die Schwäche von Manjaro ist hier nochmal. Das macht Linux Mint einfach besser. Gut, sie haben auch ein bisschen Vorlaufzeit. Linux Mint gibt es seit 2005, 2006. Manjaro erst seit, ich glaube 2011 war das. Also ist noch ein bisschen Zeit hin. Am Ende muss ich sagen, es ist nicht das schönste Linux, das wir haben auf der Welt. Aber es funktioniert einfach. Und die Produktivität darunter ist einfach eine der höchsten, die wir unter einem Linux haben können. Vielleicht ist der i3-Deskup nochmal ein bisschen produktiver. Das sagen die Leute, die ihn wirklich langfristig nutzen. Habe ich jetzt für mich persönlich noch nicht entdeckt. Vielleicht werde ich mir den auch nochmal anschauen. Aber meiner Ansicht nach gibt es auch einige Nachteile, die Linux Mint hat. Die möchte ich auch erstmal nicht verschweigen. Wo ich mir wünschen würde, hey, dass sich das in Zukunft bei Linux Mint verbessern würde. Und zwar, ja, wir haben teilweise uralte Pakete auf der aktuellsten Version. Gut, ich muss sagen, ich habe hier gerade viele Aktualisierungen nicht durchgemacht. Aber ich zeige euch hier, oh, wir haben hier LibreOffice. Ist ein Update auf die Version 1.6.4.7. Ja, daran seht ihr, ja, ich glaube, das ist eines der ältesten LibreOffice-Pakete, die es noch unter der Linux-Welt über den Paketmanager verfügbar gibt. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, so ist es. Ich muss sagen, ich selber nutze trotzdem LibreOffice jeden Tag. Und ich vermisse da jetzt keine 7.2.3, beispielsweise, wie wir sie aktuell haben. Ich habe da absolut keinen Nachteil persönlich drunter. Von daher lasse ich das auch immer so standardmäßig drauf. Ansonsten könnte man sich das auch über Flatpak holen. Das ist hier auf Linux Mint auch standardmäßig vorinstalliert. Und funktioniert auch gar nicht so schlecht, das Flatpak von LibreOffice, was ich auch mal so ausprobiert habe. Ja, eigentlich habe ich jetzt noch ganz, ganz viele andere Sachen in dem Video erwähnt, die ich auf jeden Fall wichtig finde, die mal erwähnt zu haben. Dass es bei Linux Mint doch nicht alles so gerade läuft und alles manchmal doch nicht ganz so schick ist. Am Ende war das jetzt aber auch ziemlich langwierig. Von daher fasse ich das mal ganz kurz zusammen. Was ich noch ein bisschen kritisiere, ist zum einen die Anwendungsverwaltung. Die ist einfach noch ziemlich alt und ja, nicht auf dem Stand der Zeit. Sieht noch nicht so schön aus, wie wir es uns eigentlich vorstellen. Außerdem haben wir wirklich eklige Soundklänge, die absolut, ja, nee, die will keiner hören. Dann haben wir in der deutschen Fassung von Linux Mint noch die Standard-Suchmaschine Yahoo ausgewählt. Ist meiner Ansicht nach auch nicht so unbedingt das Gelbe vom Ei. Und genau, das wäre es gewesen. Diese drei Themen, die habe ich, glaube ich, innerhalb sechs, sieben, acht Minuten erklärt. Die wollte ich euch jetzt ersparen. Ich denke, alle, die Linux Mint nutzen, wissen, was ich meine. Und die, die Linux Mint nicht nutzen, stellt euch darauf ein, dass diese Themen nicht ganz so toll sind. Ansonsten habe ich eigentlich wirklich wenig bei Linux Mint zu meckern. Ansonsten gibt es noch ganz, ganz viele andere Lobeslieder, die ich auf Linux Mint sogar noch singen könnte. Möchte ich euch aber jetzt hier nicht mit belästigen. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen verstanden, warum ich Linux Mint selber nutze. Falls ihr Linux Mint selber nutzen möchtet und vielleicht sogar noch gar kein Linux-Besitz genutzt habt, dann schaut auch mal an der Endcard vorbei. Da habe ich euch den Crashkurs zu Linux Mint verlinkt. Viele Nutzer sind damit schon glücklich umgestiegen und sind heute noch dabei. Also ihr könnt es auf jeden Fall auch schaffen. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Meiner Ansicht nach ist Linux Mint einfach das beste Linux, was es gibt. Jedenfalls für den normalen Wald- und Wiesennutzer. Für einen Developer, der jetzt irgendwelche Linux-Kernel-Sachen macht, da ist Linux Mint vielleicht der falsche Ansprechpartner. Aber ich sage mal, für den casual, normalen Linux-Nutzer ist Linux Mint einfach das System, was eigentlich jeder haben möchte. Das wäre es von mir gewesen. Schreibt eure Meinung zu Linux Mint in die Kommentare. Welche Distro nutzt ihr? Vielleicht dann auch, warum Linux Mint für euch ein No-Go ist. Jeder soll das nutzen, was er für richtig hält. Auch wenn ich jetzt hier ganz, ganz viele Distros so ein bisschen, ja, vielleicht schlecht dargestellt habe. Alle haben ihre Reize. Das ist auf jeden Fall wichtig. Für jeden überzeugen eben andere Argumente. Meine habt ihr jetzt hier hört. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Argumente. Lasst uns da gerne in den Kommentaren etwas diskutieren. Das wäre es von mir gewesen. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Und schaut auf jeden Fall auch bei den anderen Linux-Youtubern vorbei, die ihre Distro vorgestellt haben und sagen, warum sie die nutzen möchten. Macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.